Ja hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du mit dabei bist bei meinem neuen Video. Und kannst du schon erraten, wo wir uns heute befinden? Wir sind nicht drinnen, obwohl es jetzt danach aussieht. Nein, ich bin wieder einmal hier rausgefahren, bei uns direkt an der Nordzirküste. Diesmal ging es nach Nordholz. Da im Hintergrund könnt ihr dann auch schon die große Maschine sehen. Das große Flugzeug von den Militärfliegern. Wenn ich mich jetzt hier mal so umdrehe, dann habt ihr noch ein weiteres zu bestaunen. Einen kleinen Starfighter. Ich nehme mal an, dass es einer ist. Ja, aber der Militärflughafen hier in Nordholz und das dazugehörige Museum ist heute eigentlich nicht mein richtiges Ziel. Sondern ich muss nochmal ein bisschen mit meinem schönen E-Bike hier in die Pedale treten, damit ich das erreiche. Und das zeige ich euch dann gleich. Okay, wenn dir das Video gefällt, weißt du ja Bescheid. Daumen nach oben geben. Schreib einen kleinen Kommentar. Du kannst auch gerne den Kanal abonnieren, falls du das nicht eh schon getan hast. Ja, und dann sehen wir uns gleich an unserem Ziel. So, der Matthias ist. Du bist immer noch hier. Ich freue mich, dass du noch dabei bist bei diesem kleinen Video. Wir haben jetzt mittlerweile unseren Zielpunkt erreicht, wo ich eigentlich heute mit euch hin wollte. Und da im Hintergrund könnt ihr sie schon sehen. Die Riesen in der Landschaft. Die Windräder, die Windmühlen. Windkraftgeneratoren. Wie auch immer die heißen mögen. Ich bin hier heute rausgefahren und habe auch die R2S wieder mal mitgebracht. Die könnt ihr hier sehen. Und die werden wir jetzt gleich mal starten. Und ein bisschen auf die großen Teile zufliegen. Drumherum hoffentlich nicht dagegen. Das wäre nicht so schön. Ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß mit diesem Video. Du weißt ja Bescheid. Wenn es dir gefällt, gib mir einen Daumen nach oben. Schreib einen kleinen Kommentar. Abonnieren. Die Glocke drücken. Du kennst das ja alles schon. Okay. Und dann wollen wir uns jetzt mal hier in die Lüfte begeben. Und dann wollen wir uns jetzt mal hier in die Lüfte begeben. Und dann wollen wir uns jetzt mal hier in die Lüfte begeben. Und dann wollen wir uns jetzt mal hier in die Lüfte begeben. Die Glocke drücken. Und dann wollen wir uns jetzt mal hier in die Lüfte begeben. Und dann wollen wir uns jetzt mal hier in die Lüfte begeben. Und dann wollen wir uns jetzt mal hier in die Lüfte begeben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Falls ja, weißt du Bescheid, gib mir einen Daumen nach oben. Schreib einen kleinen Kommentar. Abonnieren, die Glocke drücken. Du kennst das ja alles. Okay, ja. Und dann möchte ich dir erstmal wünschen, dass du auf jeden Fall gesund bleiben möchtest. Hab viel Spaß. Und dann eben was Schönes mit Freunden und Familie. So wie ich hier heute an der Nordseeküste mit meinem E-Bike, wo ich hier unterwegs bin. Okay, ja. Und dann sehen wir uns schon bald in meinem nächsten Video. Also, mach's gut und bis dann. Dein Matthias.